Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Sebastian an. Dieser hat über MyDays geschrieben, welches er mit 4,5 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. MyDays Erfahrungen. MyDays Geschenkidee. Bei MyDays kann man Erlebnisse verschenken. Wenn einem die klassischen Geburtstagsgeschenke ausgehen und man keine Ideen für Hochzeitsgeschenke oder sonstige Anlässer hat, dann kann MyDays doch mal eine gelungene Abwechslung sein. Mit einem MyDays Gutschein wird man auf jeder Feier herausstechen und den Beschenkten überraschen und vielleicht sogar ihm oder ihr den Tag ihres Lebens schenken. Auch ich habe schon mehrfach MyDays Erlebnisse verschenkt und sogar eines selbst angetreten. Heute bin ich schon bekannt dafür in meinem Freundeskreis immer die besten Geschenke zu haben. Zitat einer Freundin. Über die MyDays Gruppe. MyDays war die erste Plattform in Deutschland, die Erlebnisgeschenke angeboten hat. 2003 wurde sie in Frankfurt gegründet. Mittlerweile besteht die MyDays Gruppe aus den vier Gesellschaften MyDays GmbH, MyDays Event GmbH, MyDays Holding und die MyDays Schweiz AG. Im Mai 2013 kam der Zusammenstoß mit der ProSiebenSat.1 Media SE. Das Team zählt mittlerweile über 140 Menschen und über 14.000 Erlebnisse werden zur Zeit auf ihrer Plattform angeboten. Die MyDays Erlebnisse. Was genau kann man denn jetzt eigentlich hier verschenken? Was sind Erlebnisgeschenke? Eins kann ich schon mal sagen. Es sind nicht immer nur 0815 Besuche in einem Wellnesshotel im Schwarzwald. Natürlich gibt es auch Angebote, die so aussehen, aber das ist längst nicht alles. Kategorisiert ist es hier erst einmal nach dem Geschlecht der Mann und Frau und es gibt auch eine Rubrik speziell für Paare, Gruppen, Familien, Kinder, Filmenpartner und Eltern. Man kann aber auch gleich nach den Erlebnis-Kategorien suchen. Dinner und Kulinarisches, Kurzurlaub und Übernachtungen, Fliegen und Fallen, Fahrspaß und Motorsport, Sport, Action und Natur, Wellness und Beauty, Kultur und Kreatives und Wind und Wasser. Steht ein besonderer Tag bevor, gibt es meistens auch dafür noch eine Kategorie wie Muttertag oder Vatertag. Einige Angebote aus diesen Kategorien werde ich kurz nennen. Fliegen und Fallen. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem für genau diese Kategorie häufig die Plattform aufgerufen wird. Hier kann man zunächst einmal angeben, in welchem Umkreis einer bestimmten Postleitzahl man suchen will. Allgemein gibt es Angebote aus den Bereichen Fallschirmspringen, Bodyflying, Bungeejumping, Baseflying, Rundflüge, Ballonfahrt, Gleitschirmfliegen, Flugsimulator, Segelfliegen, Hubschrauber oder Flugzeug selber fliegen oder Drohnen fliegen lassen. Einen Fallschirmsprung bekommt man schon ab 169 Euro. Kurse fangen bei 325 Euro an. Bungeejumping beginnt bereits ab 75 Euro. Wer sich nicht in die Tiefe stürzen will, sondern lieber die Aussicht von oben genießen möchte, in einer Ballonfahrt, dann bekommt er es in Berlin sogar schon ab 19 Euro. Motorsport und Fahrspaß. Hier kann man zum Beispiel Sportwagen fahren, Formel 1 Rennwagen fahren, Quad, Segway, Panzer, Bagger, Harley Davidson und vieles mehr. Aber es gibt auch Schrauberkurse oder Fahrsicherheitstraining. Einmal einen Ferrari zu fahren, erträumen sich sicherlich viele. Dieser Traum kann ab 99 Euro schon sich bewahrheiten. Wer es lieber noch etwas wilder hat, der kann auch selbst zum Stunfahrer werden und einen Stunfahrtraining absolvieren. Ab 129 Euro. Sport, Action und Natur. Diese Kategorie ist interessant für alle, die sich für Sport und Outdoor-Aktivitäten begeistern können. Hier findet man Angebote wie Escape Room, Geocaching, Bubble-Football, Kanu fahren, Höhlen-Tracking, Klettern, Bogenschießen und viel mehr. Auch Aktivitäten mit Tieren sind möglich. So kann man für einen Tag zum Falkner werden oder in Wintersportregionen auch mit Nittenhunden fahren. Lasertag gibt es bereits ab 29 Euro, Escape Room hat 79 Euro oder man zerträumert ein Auto für 99 Euro. Wer sich dann doch lieber entspannen möchte, um Stress abzubauen, der wird sich wohl in dieser Erlebniskategorie wohlfühlen. Hier kann man außergewöhnliche Massagen bekommen, Wellness-Tage buchen, Spa-Bereiche entdecken, einen Personal-Shopper engagieren, Gesichtsbehandlungen, Pediküren oder sich einer Make-Up-Beratung unterziehen. Eine Tageskarte für eine Spa-Oase liegt zum Beispiel bei 29 Euro. Einen ganzen Wellness-Tag für zwei Personen bekommt man ab 89 Euro und eine Hotstone-Massage ist ab 38 Euro möglich. Ich denke mal, dass ich damit genug Möglichkeiten aufgezählt habe. Moralisch habe ich einige Preise genannt, damit man sieht, wie günstig es sein kann und mal eine ungefähre Vorstellung bekommt. Bei einigen Erlebnissen denkt man sonst häufig, dass man sich das sowieso nicht leisten könnte. Bei My Days kann man aber auch ganze Tage verplanen, die für einen schmalen Geldbeutel möglich sind. My Days Erfahrungen, My Days Test. Wie ich schon sagte, bin ich scheinbar der Geschenkekönig. Bisher habe ich, leider, mehr Erlebnisse verschenkt als selbst getestet. Warum verschenke ich lieber so etwas als Blumen, Bücher oder Geld? Nun, Erlebnisse bleiben. Erfahrungen machen es wertvoller als irgendein Strauß-Boomen oder ein Buch, was die nur die Erfahrungen anderer Menschen schildert. Sicherlich ist da nichts gegen zu sagen, wenn man das tut. Nur habe ich für mich eben festgestellt, dass ich Erfahrungen verschenken will und nichts Materielles. Etwas, wo ich mir Gedanken gemacht habe und wo ich weiß, dass die Person es mögen wird. Bei einigen Terminen war ich sogar selbst dabei und wir konnten den Moment teilen. Darüber wird Monate später noch gesprochen. Wer spricht dann bitte nach zwei Tagen noch über Blumen oder ein Küchengerät? Bei dem Erlebnisportal ist das immer sehr leicht. Meistens habe ich schon eine Vorstellung und suche dann einfach danach. Man kann es dann direkt buchen und einfach etwas Nettes ausdrucken. Dann wird ein Termin ausgemacht bei dem Veranstalter nach Absprache mit dem Beschenkten und vor Ort wird der Rest erledigt. Simpel und ohne viel Organisationsaufwand erlebt man jetzt einen tollen Tag oder ein paar schöne Stunden. Die Plattform hat mich bisher noch nie enttäuscht und der Support steht immer zur Seite. Dank des Bewertungssystems kann man häufig auch schon abschätzen, ob der Veranstalter gut ist oder nicht. Ansonsten kann man auch einfach direkt diesen kontaktieren, wenn man besondere Fragen hat. Ich bin froh, dass es Portale wie dieses gibt. Mein Aufruf daher, verschenkt doch mal so etwas und ihr werdet sehen, wie einige Augenpaare ins Leuchten kommen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-scanner.de. was stunned. bei euch ganzes Teilen von wohl dieses Video wiederalalze seine Lindsay Berlin Georg Daniel